Hallo zusammen, mein Name ist Lisa und ich freue mich, dass ihr dabei seid heute bei dem Kurs zum Thema Datenvisualisierung mit DataWopper. Ich habe den Kurs gegliedert in sechs kleine Teile. Wir sind gerade in der Einführung. Hier erzähle ich so ein bisschen was über DataWopper. Was kann man mit der Software machen? Wer sind wir? Wo kommen wir her? Teil 1 dreht sich dann um Ziele. Wie kann man Ziele definieren für seine Visualisierungen und wie kann man sie dann auch besser kommunizieren? In Teil 2 geht es dann um Diagrammtypen. Wie wählt man sie? Wann wählt man welchen Diagrammtyp für was? In den nächsten beiden Teilen geht es dann darum, wie man mit Text und mit Farben seine Visualisierung besser lesbar machen kann. Und der Kurs wird abgeschlossen von Teil 5 zum Thema wahrheitsgemäße Visualisierung. Das heißt, wie können wir Daten visualisieren, sodass sie nuanciert dargestellt werden und wir den Daten und Leserinnen gerecht werden. Ja, ich würde sagen, dass wir uns direkt anfangen hier mit der Einführung. Noch kurz zu mir. Ich habe sechs Jahre lang Design studiert, habe also eher so ein Grafikdesign-Background und habe danach für ein paar Redaktionen Daten visualisiert. Seit 2017 bin ich dann bei DataWopper, wo ich verantwortlich bin für Blog und Kommunikation. Das heißt, mein Ziel ist es, Leuten wie euch beizubringen, wie man besser Daten visualisieren kann. Ich bin Teil von einem gerade 15-köpfigen Team. Wir sind Journalisten, Kartografen, Designer, vor allem viele Entwickler und Entwicklerinnen. Ja, also so generell sind wir Menschen, die dir helfen wollen, die euch helfen wollen, eure Daten besser zu kommunizieren. Und wir sitzen in Berlin, im Prenzlauer Berg, in der Nähe von der U-Bahn Eberswalder Straße. Unsere Software DataWopper ist ein Online-Tool. Das heißt, das könnt ihr erreichen, wenn ihr einfach auf datawopper.de gebt. Und man kann mit ihm Karten, Diagramme und Tabellen erstellen. Alle DataWopper-Visualisierungen sind interaktiv. Das heißt, man kann in Karten reinzoomen und man kann zum Beispiel bei dem Liniendiagramm rechts die unterliegenden Daten sich angucken, indem man drüber havert. Unsere Visualisierungen sind außerdem responsiv. Das heißt, wir achten darauf, dass sie lesbar sind, nicht nur auf Desktop-Computern, sondern auch auf Smartphones und Tablets. Hier seht ihr mal so ein Beispiel von einem unserer Scatter-Plots. Ihr seht rechts, dass hier zum Beispiel weniger Achsen-Ticks sichtbar sind als hier links. Ihr seht außerdem, dass hier weniger Labels sind als hier links. Zum Beispiel Oman sieht man hier rechts nicht mehr, weil der Platz da nicht mehr da ist. Unsere Software rechnet das sozusagen automatisch aus und behält die Schriftgröße bei, bringt dann aber weniger Achsen-Labels und weniger Datenpunkt-Labels rein. Das wissen einige unserer Kunden zu schätzen. Wir haben Kunden überall auf der Welt, vor allem in Amerika und Europa, sehr viele Redaktionen insgesamt. Also die New York Times nutzen uns, Spiegel, Zeit Online, Süddeutsche Zeitung in Deutschland. Aber auch NGOs, Agenturen, im Finanzsektor haben wir auch ein paar Kunden. Hier seht ihr mal, wie unsere Visualisierungen aussehen. Hier auf Zeit.de links ein Liniendiagramm, rechts eine Symbolkarte. Das Ganze auf Spiegel.de links eine Karte, rechts ein gestapeltes Balkendiagramm. Und hier sind wir auf der New York Times vertreten mit einem Dotplot und auch wieder einer Karte. Data Whopper ist an sich kostenlos. Ihr könnt unendlich viele Daten visualisieren und Diagramme publizieren, auch einbetten und so weiter für Umme, also umsonst. Ihr könnt außerdem eure Visualisierung exportieren als PNG umsonst. Allerdings, wenn ihr dann exportieren wollt als SVG und PDF oder wenn ihr ein individuell angepasstes Design haben wollt, dann kosten wir so ungefähr 500 Euro im Monat. Und dann gibt es natürlich noch sehr viele fortgeschrittene Features, die dann unsere Enterprise-Kunden nutzen. Zum Beispiel Self-Hosting oder eigene Chart-Typen. Hier seht ihr mal so ein individuell angepasstes Design, das wir erstellt haben für Spiegel, Süddeutsche, Zeit, New York Times und so weiter. Wir können da unglaublich viel machen. Also ihr seht irgendwie Hintergrundfarbe, Schriftart, Abstände. Die Farben legen wir dann auch eigens an. Also die Farbpalette ist dann anders. Wir können Elemente hinzufügen, zum Beispiel so ein extra Hintergrund hier oben oder hier so ein Balken. Das ist alles kein Problem, um dann die Grafik so aussehen zu lassen, als wenn sie wirklich von euch ist und nicht von uns. Genau, den PDF-Export habe ich auch schon erwähnt. Und den nutzen auch sehr gerne unsere Redaktionskunden, um dann entweder direkt Visualisierung zu drucken, wie die Los Angeles Times das hier links macht, oder um Visualisierung noch weiter zu bearbeiten, zum Beispiel in Adobe Illustrator. Genau, egal ob man für uns bezahlt oder nicht, man kann Visualisierung in den Ordnern organisieren und man kann sich auch selbst in Teams organisieren. Das heißt, jeder DataWebber-Kunde hat so einen eigenen privaten Bereich, der heißt MyCharts. Und wenn man dann aber Teil von einem Team ist, hat man auch so diesen Team-Ordner, in dem man dann verschiedene Unterordner erstellen kann und auch Visualisierung beliebig hin- und herziehen kann. Man kann mit DataWebber drei Arten von Visualisierung erstellen, Diagramme, Karten und Tabellen. Ich werde mal erst ein bisschen über Diagramme reden, weil das auch so unser Hauptsteckenpferd ist. Ja, hier sieht zum Beispiel, hier sieht man ein Liniendiagramm, das jemand mit DataWebber erstellt hat. Und ihr seht diese unterliegenden Daten, die man da entdecken kann und sich genau angucken kann. Das hatte ich schon erwähnt, wie das funktioniert. Und ihr seht auch, dass Datenlinien direkt belabelt sind hier rechts, wird direkt beschriftet. Man sieht, das hier ist Deutschland, das ist Zypern und so weiter. Das sind hier Small Multiples, wie man sie auch nennt. Das heißt, es ist ein Donut-Chart, aber nicht nur einer, sondern halt sechs nebeneinander, die man bei uns auch direkt beschriften kann. Ihr seht, hier kann man auch highlighten. Das heißt, hier Bottom und Top 10 Prozent sind hier dick gemacht und haben hier auch eine dickere Schrift als hier zum Beispiel diese Next 40 Prozent. Unsere gestapelten Balkendiagramme sind auch interaktiv, wie so vieles. Das heißt, ihr könnt entweder auf die Farblegende hier oben oder hier auf die Balken direkt drücken, um dann diese Farbe gehighlighted zu bekommen. Wir können ja mal direkt ausprobieren, wie das funktioniert mit DataWebber und einem Chart selber bauen. Dazu gehen wir auf datawebber.de und jetzt könnt ihr hier einfach klicken auf Start Creating. Genau, das funktioniert, egal ob ihr eingeloggt seid oder nicht. Ich bin jetzt schon eingeloggt, was auch man daran sieht, dass hier oben ein Dashboard steht. Das heißt, ich kann direkt zu meinem Dashboard kommen. Aber selbst wenn ihr nicht eingeloggt seid, öffnet sich ein neues Fenster, wo ihr eure Daten reinpacken könnt. Egal, welche Visualisierung ihr erstellt mit DataWebber, ihr werdet immer durch vier Schritte geleitet. Hier ist es Upload Data, Check in Describe, Visualize and Publish in Embed. Und bevor ich es vergesse, kann ich auch gleich mal die Sprache ändern. Gerade ist sie Englisch und wir können aber hier auf Deutsch gehen. Genau, jetzt ist alles Deutsch. Wie möchtest du deine Daten hochladen, fragt ein DataWebber als erstes. Wir können Daten direkt kopieren aus einem Tabellenkalkulationsprogramm. Wir können auch externe Daten verlinken, wenn ihr ein CSV irgendwo habt, das irgendwo online liegt, was immer live geupdatet wird. Zum Beispiel eben mit Corona-Infektionsfällen. Dann könnt ihr das hier reinpacken. Ihr könnt auch ein Google Sheet importieren. Das heißt, wenn ihr das Google Sheet updatet, er updatet sich auch die Grafik. Genau, aber wir wollen jetzt mal Daten hier einfügen. Und zwar habe ich gleich ein paar vorbereitet in einem extra Spreadsheet hier. Die kopiere ich und füge sie hier ein. Das sieht jetzt noch ein bisschen durcheinander aus. Aber wir können direkt zum Schritt 2 prüfen und beschreiben gehen. Und spätestens dort werden unsere Daten dann aufgeräumt. Ihr seht, dass sie unterschiedliche Farben haben. Das hilft uns zu erkennen, wie DataWebber unsere Daten interpretiert. Das heißt, ihr seht zum Beispiel in der ersten Spalte, dass die Zahlen hier alle grün sind. Das heißt, DataWebber erkennt automatisch, dass es ein Jahr ist. Die anderen hier sind blau. Das heißt, DataWebber weiß, okay, das sind Zahlen. Die werde ich auch als Zahlen so ausgeben. Wir können dann direkt weitergehen. Visualisieren. Und dann kommen wir direkt auch in unsere Diagramm-Typ-Auswahl. Egal, welche Daten ihr hochlädt, DataWebber wird euch immer als erstes ein Linien-Diagramm anzeigen. Das ist auch eines unserer häufigsten Visualisierungstypen, häufigsten genutzten Visualisierungstypen. Aber ihr könnt euch hier durchklicken und alles andere auch anzeigen lassen. Zum Beispiel ein Scatterplot. Gucken, wie das aussieht. Das macht jetzt hier nicht so viel Sinn. Eine Tabelle habt ihr auch direkt hier als Auswahlmöglichkeit. Okay. Wir können ja mal zu den Flächen gehen. Ah, okay. Und dort weitermachen. Das ist ja ziemlich lang geworden, diese Grafik. Wir können das kleiner machen, indem wir hier dran ziehen. Genau. Da könnt ihr immer eure Visualisierung breiter, kleiner machen. Und so weiter. Das ist eine gute Größe. Okay. Dann gehen wir mal auf Anpassen. Und im Anpassen-Tab kann man dann immer seine Visualisierung anpassen. Man kann zum Beispiel entscheiden, was auf der horizontalen Achse zu sehen sein soll. Das mit dem Ja macht hier viel Sinn. Wenn man keine eigenen Achsen-Tics definiert, kann man sagen, man will lieber Skalenstriche sehen. Seht ihr unten diese kleinen Striche. Oder nicht. Ich mag Skalenstriche, deshalb lasse ich die an. Die vertikale Achse kann man zum Beispiel nach rechts nehmen. Was hier vielleicht mehr Sinn macht, da hier die meisten Daten zu sehen sind. Das heißt, man kann hier besser lesen, dass das hier wirklich 800 sind. Genau. Was kann man noch machen? Hier kann man sagen, entweder in oder außen soll das beschriftet werden. Wir lassen das mal auf Auto. Das heißt, es ändert sich dann auf Mobil, wie wir gleich sehen werden. Und vielleicht mit der Michtigsten, man kann hier die Farben verändern. Das heißt, man könnte hier zum Beispiel die Kohle, sollte vielleicht eher braun sein, oder grau. So vielleicht. Ja. Und ihr seht, hier könnt ihr die Helligkeit ändern. Hier könnt ihr die Sättigung der Farbe ändern. Und hier die Farbe an sich. Ich werde das nochmal demonstrieren. Wenn wir zum Beispiel bei Gas ein Orange nehmen, dann kann man hier durchgehen, durch die verschiedenen Farben, wie so einem Regenbogen. Können wir mal wieder zurück zu Orange gehen. Ein bisschen gesättigter machen. Ja. Okay. Genau. Und ihr könnt auch mehrere gleichzeitig definieren. Das heißt, ihr könnt Öl, Zement abfackeln, hier zusammen mit Shift gehalten. Und dann könnt ihr die Farbe dafür definieren zusammen. Wollen es aber so ein bisschen anders machen. Für Zement vielleicht ein helleres Blau und für Abfackeln noch ein helleres Blau. Die Deckkraft könnt ihr auch verändern hier unten. Na, um das so ein bisschen dunkler zu machen. Ist vielleicht ganz gut. Ja, und hier zeigt uns Daily Whopper jetzt unsere Flächen an, in der Reihenfolge, in der wir sie hochgeladen haben. Wenn wir das ändern wollen, können wir hier auch die Flächen sortieren. Zum Beispiel die Kohle nach unten bringen. Das macht vielleicht jetzt mehr Sinn. Genau. Wir können auch sagen, dass wir keine Beschriftung haben wollen. Jetzt ist sie weg. Wir wollen sie aber haben, also packen wir sie wieder hin. Und wir können den Tooltip ändern. Gerade zeigt er uns die Werte an, immer für den 1. Januar. Das macht er, weil er nur jährliche Daten hat, keine monatlichen oder täglichen Daten von uns. Wir müssen das Januar 1 aber nicht anzeigen. Das macht keinen Sinn für uns. Deshalb können wir hier sagen, Format anpassen für die Daten. Und können hier Jahre aussuchen. Genau. Kann man gleich überprüfen. Jetzt steht ja nur noch 1913, 1919 und so weiter. Nicht mehr 1919 Januar 1. Okay. Dann sollten wir definitiv noch beschreiben, was unsere Daten eigentlich zeigen. Hier können wir dem einen Titel geben. Kann ja mal gucken hier. Das können wir direkt übernehmen. Was wir hier sehen, sind die CO2-Emissionen in Tonnen pro Jahr in Deutschland. Und dann können wir noch sagen, von 1800 bis 2018. Die Datenquelle sollten wir auf jeden Fall angeben. Das ist Our World in Data. Das können wir hier reinschreiben. Und ihr seht, das kommt direkt hier unten hin. Und dann können wir noch einen Link angeben. Den habe ich auch schon kopiert. Und jetzt könnte man auch direkt zu der Quelle kommen. Ich habe dieses Diagramm gebaut. Deshalb komme ich in die Verfasserzeile. Ihr könnt auch hier schreiben, Odis oder was auch immer. Genau. Und dann kann man auch Textanmerkungen in viele unserer Diagrammtypen und auch Karten packen. Dazu klickt man einfach hier rauf, klickt zum Beispiel oder zieht und kann jetzt hier etwas hinschreiben. Zum Beispiel Kohle. Ihr könnt das auch hier direkt die Position ändern, könnt ihr es größer oder kleiner machen. Kohle. Ihr könnt es hier verändern. Ihr könnt einen Textumriss anzeigen und es größer machen. Und Bold. Und auch hier die Liniennaht ändern, von einem Geraden zu einem geschwungenen Pfeil. Okay. Spätestens jetzt solltet ihr überprüfen, wie eure Visualisierung aussieht, auch auf mobilen Endgeräten. Dazu hat man bei DataWapper hier diesen kleinen Knopf. Das ist jetzt hier Tablet. Und das ist, wie unsere Visualisierung aussieht, auf einem Handy. Und das ist schon ganz okay. Wir können allerdings hier bei der Kohle sagen, ihr seht, das wird mobil als Legende angezeigt. Was sehr, sehr viel Sinn macht bei sehr langen Textanmerkungen. Hier, glaube ich, passt unsere Textanmerkung aber auch direkt rein. Das heißt, wir können hier bei Kohle auf mobil als Legende anzeigen, klicken und das ausschalten. Und ihr seht, das funktioniert trotzdem noch sehr gut. Gucken noch mal auf Tablet, auf Desktop. Ja, das sieht überall noch gut aus. Ja, ich glaube, das ist ein gutes erstes Diagramm, würde ich sagen. Hier könnt ihr das Design auswählen. Das ist eher interessant für euch, wenn ihr einen Custom Plan bei uns habt und so ein individuell angepasstes Design von uns bekommen habt. Ihr könnt außerdem den Ausgabesprachraum ändern. Hier unten steht gerade Chart und Source und Created With. Das könnt ihr ändern und sagt, okay, jetzt soll hier unten Grafik und Quelle und erstellt mitstehen. Das heißt, diese ganzen kleinen Sachen werden dann übersetzt. Und schließlich könnt ihr zu Schritt 4, veröffentlichen und einbetten gehen, wenn ihr zufrieden seid mit eurem Diagramm und könnt euer Diagramm veröffentlichen. Das dauert ein paar Sekunden und dann bekommt ihr ein paar Möglichkeiten. Ihr könnt euer Diagramm als Vollbild oder in einer normalen Größe ansehen, so wie es dann auch aussehen wird. Und ihr könnt, ihr bekommt hier auch einen Einbet-Code. Genau, das heißt, den könnt ihr direkt nehmen und euer Content-Management-System oder euren Website-Code packen und dann wird euer Diagramm hier responsiv angezeigt. Wie ich schon erwähnt habe, könnt ihr auch euer Diagramm exportieren in der kostenlosen Variante als PNG, in der Bezahlvariante auch als PDF und SVG. Genau, in der kostenlosen Variante könnt ihr hier dann auf PNG klicken, ihr könnt einen Rahmen anlegen, ihr könnt den Skalierungsfaktor ändern. Das heißt, gerade wird unser exportiertes Bild 1388 Pixel breit sein. Und wenn ihr hier die Skalierung ändert, dann seht ihr, ändert sich das auch hier. Genau, nur das Diagramm anzeigen. Einen transparenten Hintergrund wollen wir vielleicht noch, Rahmen vielleicht ein bisschen kleiner und dann können wir das runterladen. Und so visualisiert man Daten in Data Wrapper. Das war ein erstes Diagramm, wir werden aber in den weiteren Kurs-Teilen noch andere Diagramme erstellen und dann auch Karten. Okay, können wir wieder zurückgehen zu unserer Präsentation. Okay, das haben wir gerade gemacht, diese Visualisierung haben wir erstellt. Genau, und wir bieten noch Karten an, neben Diagrammen und Tabellen. Und zwar drei Arten von Karten. Choropletenkarten, Symbolkarten und Locator-Karten. Choropletenkarten, klingt erstmal kompliziert, das sind aber einfach diese Karten, in denen Region je nach Werten eingefärbt sind. Das kennt man von zum Beispiel Wahlkarten sehr, dass dann irgendwie, keine Ahnung, Berlin pink eingefärbt ist oder grün oder schwarz und ganz Bayern ist dann in hellblau. Symbolkarten sind eher gut für Städte zum Beispiel oder sehr spezifische Regionen. Zum Beispiel gibt es eine Karte von Studentenstädten in Deutschland, wie viele Studenten, wie hoch der Anteil der Studenten in diesen Städten ist. Für Choropletenkarten und Symbolkarten bieten wir über 2000 administrative Regionen an, die man suchen kann in Schritt 1 von unseren Kartentools. Für Berlin ist das zum Beispiel hier Stadtteile, Bezirke, Wahlbezirke. Für die einzelnen Stadtteile haben wir dann auch noch Extrakarten und so weiter. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Karten, die man bei uns findet. Und wenn es eine Karte dann nicht gibt, kann man sie auch selbst hochladen. Ihr habt immer diesen Button hier, Karte hochladen oder ihr könnt sie bei uns in Auftrag geben und wir versuchen dann so schnell wie möglich, die Karte auch bei uns online zu stellen. Die dritte Kartenart, die ihr bei uns findet, sind Locator-Karten. Die sind vor allem gut für Nahaufnahmen sozusagen, für Städte. Man sieht dann direkt die Straßen da drinnen und kann sagen, wo etwas passiert ist oder wo etwas lokalisiert ist. Hier sieht man zum Beispiel die S-Bahn-Linie in Berlin, die man dort als Linien importieren kann. Genau, hier links oben haben wir so eine 3D-Gebäudeansicht sogar vom Central Park in New York und die Museen, die man drumherum finden kann. Genau, auch unsere Locator-Karten funktionieren mit diesem einfachen 1-2-3-4-Prinzip, diesen 4 Schritten, durch die man geht und man kann dort sehr einfach Marker hinzufügen. Ja, last but not least unsere Tabellen, die wir vor einiger Zeit aufgefrischt haben. Unsere Tabellen sind nicht einfache HTML-Tabellen mit einfach nur Text und Zahlen, sondern ihr könnt dort kleine Liniendiagramme anzeigen lassen, Balkendiagramme, Säulendiagramme. Ihr könnt Flacken euch anzeigen lassen, sogar Heatmaps haben wir letztens noch implementiert. Genau, die sind sehr flexibel für alles, was ihr euch anzeigen lassen wollt. Wir versuchen unser Tool so einfach wie möglich zu gestalten. Wenn ihr trotzdem irgendwie Fragen habt oder so, bieten wir einige Möglichkeiten, Optionen, die euch hoffentlich helfen. Zum einen ist das unsere Academy, das sind unsere Tutorials. Wir haben über 100 von denen, zum Beispiel wie man einzelne Diagramme erstellt. Dort wird erklärt, wie man Daten aufbereitet und so weiter. Also wenn ihr Informationen braucht zu irgendwelchen oder Fragen habt zu irgendwelchen Optionen, findet ihr die meistens in der Data Wrapper Academy. Hier ist zum Beispiel der Artikel, wie man Textanmerkungen, die wir vorhin auch angelegt haben, wie man die anlegt und dann auch anpasst. Direkt in der App helfen wir auch. Ihr findet dort immer solche kleinen Fragezeichen oder auch solche Uni-Hütchen oder so einen einfachen Link, learn more, wo euch direkt dort erklärt wird, was man, ja, was diese Option macht und was man damit erreichen kann. Genau, mein Blog, für den ich verantwortlich bin, darf nicht unerwähnt bleiben natürlich. Da schreibe ich, aber auch alle meine Kollegen schreiben viele Artikel über die, ja, wie man Daten besser visualisieren kann. Hier zum Beispiel für Farben blinde Leserinnen. Wir sind auch auf Twitter, wir sind auch auf LinkedIn und Facebook, aber vor allem auf Twitter wird uns viel gefolgt und da sind auch viele unserer Nutzer. Und wenn das alles nicht hilft, Academy, Blog und so weiter, dann kann man immer noch unseren Support anschreiben. Elana, Edurne, David und Aya sind immer da, um euch zu helfen. Reicht sie immer unter support.datawapper.de Wir haben außerdem eine kleine Extra-Plattform entwickelt, den River. Unter river.datawapper.de bekommt ihr eine Übersicht von Visualisierungen, die andere Nutzerinnen online, also zur Verfügung gestellt haben und ihr könnt dort jede einzelne Visualisierung nutzen. Das heißt, ihr klickt einfach auf Reuse this chart und kommt dann direkt in den Visualisierungsprozess, von wo ihr aus die Karte oder die Visualisierung noch weiter anpassen könnt und dann selber publizieren könnt. Das passiert nur mit Einwilligung von den Nutzerinnen, das heißt, die entscheiden selber, ob sie eine Visualisierung in den River stellen wollen oder nicht. Ansonsten sind unsere oder die Grafiken, die ihr erstellt, seid alle privat, bis ihr publizieren klickt und selbst dann werden sie erstmal nicht gefunden von anderen Nutzerinnen oder selbst von Leuten online. Okay, das war die Einführung. Das war alles zum Thema Datawapper so im Schnelldurchlauf. Ihr findet natürlich noch mehr Informationen auf unserer Website www.datawapper.de. Da schreiben wir genau, welche Features wir haben, welche Diagrammtypen wir anbieten. Wir haben zu jedem Diagrammtyp eine Erklärung, wofür man das nutzen kann, mit ganz vielen Beispielen und so weiter. Wir wollen jetzt aber mehr lernen über Datenvisualisierungsprinzipien und dazu können wir mit Teil 1 weitermachen zum Thema Ziele. Datenvisualisierung so ganz generell heißt, dass man Zahlen repräsentiert mit visuellen Elementen. Und für mich heißt das auch, dass man diese Zahlen repräsentiert mit einem Ziel für Leser und Leserinnen und auf eine ehrliche Art und Weise. Das kommt dann mit drei Fragen. Das Ziel bedeutet, also die Frage ist da, was ist unsere Aussage? Und wie können wir die visualisieren? Dass wir das tun für Leserinnen, heißt, dass wir darüber nachdenken sollten, wie wir die Lesbarkeit verbessern können. Und dass wir das auf ehrliche Art und Weise tun, heißt, dass wir uns Gedanken machen sollten, wie wir Daten- und Leserinnen gerecht werden. Und ich fange mal an mit dieser Frage, was ist unsere Aussage und wie können wir die besser visualisieren? Das setzt allerdings etwas voraus und das setzt voraus, dass wir Autoren getrieben Daten visualisieren. Das ist ein spannendes Konzept, das ich versuche mal jetzt in den nächsten Minuten zu erklären. Man unterscheidet so generell zwischen Leserinnen getrieben und Autoren getrieben. Leserinnen getrieben heißt, dass es in der Visualisierung keine Leitung gibt. Man wird nicht geführt durch die Visualisierung, sondern die Leser und Leserinnen finden das selber heraus. Es gibt sehr viel Trial and Error, die gucken selber, explorieren selber die Daten und die Visualisierungen und bekommen dann ein eigenes Fazit vielleicht, aber vielleicht nicht das Fazit, das der Ersteller der Visualisierung im Kopf hatte. Das heißt, es gibt erstmal kein klares Fazit. Außerhalb von Datenvisualisierung bedeutet Leserinnen getrieben zum Beispiel, wo ist Waldo? Also das ist eine Leserinnen getriebene Illustration, wo man Waldo findet. Man wird nicht durch das Bild geführt, sondern man muss selber herausfinden, wo Waldo ist und sieht dabei auch noch auf dem Weg dahin ganz viele andere Dinge in dem Bild. Aber nicht in der gleichen Reihenfolge wie vielleicht die nächste Leserin, die auch diese Illustration sich angucken würde. Ein anderes Beispiel dafür ist so ein Möbelhaus, Ikea oder so. Da geht man auch durch, vielleicht ist Ikea gar kein gutes Beispiel, weil bei Ikea wird man ja durchgeführt. Aber jedes andere Möbelhaus, wo man nicht durchgeführt wird, genau, da guckt man selber, was ist jetzt für einen wichtig? Wollte ich mir Sofas angucken oder Tische? Und führt sich dann selber durch sozusagen. Und vielleicht nicht auf dem schnellsten Weg, aber am Ende, ja, findet man dorthin. Auf der anderen Seite sind die autorengetriebenen Datenvisualisierungen. Die sind angeleitet, sie sind direkt und dadurch auch effizient, sie kommen direkt zum Punkt. Und sie haben immer ein klares Fazit, die die Autorin der Visualisierung im Kopf hatte, wenn sie sie erstellt. Autorengetriebene Medien gibt es auch außerhalb der Visualisierung. Das sind Filme, das ist jedes Buch, wo man, außer Lexika und Wörterbücher vielleicht, wo man wirklich so von Seite 1 bis Seite 200 durchgeführt wird. Und Comics sind auch ganz klar von links nach rechts, du bist durchgeführt, direkt und effizient. In der Datenvisualisierung unterscheidet man zwischen leserinnengetrieben und autorengetrieben dahingehend, dass leserinnengetriebene Visualisierungen Datentools heißen und autorengetriebene Visualisierungen sind Datengeschichten. Das heißt, ja, bei Datentools, das nennt man auch Exploratory Data Visualization in der eher so internationalen Datenvisualisierung Szene versus Explanatory Datenvisualisierung. Hier mal ein Beispiel, leserinnengetriebene Datentools, ist es praktisch auch jedes Tabellenkalkulationstool. Du siehst einfach die Zahlen dort, dort sind sie noch gar nicht visualisiert, aber du kannst dir selber raussuchen, was ist für dich spannend. Willst du die aggregieren, was willst du mit denen tun? Versus autorengetriebenen Datengeschichten erzählen die halt direkt, was ist jetzt die spannendste Information, die du aus diesen Daten herauskriegen kannst. Hier noch ein paar Beispiele, leserinnengetriebenes Datentool ist zum Beispiel das Corona-Dashboard von der Johns Hopkins Universität, wo man sich selber alles angucken kann, man kann irgendwie zu seiner Region gehen, die spannend für einen ist oder nicht und man bekommt erstmal alle Daten, wird aber nicht durchgeführt. Im Gegensatz hierzu, was eher eine autorengetriebene Datengeschichte ist, hier von NPR, die Visualisierung hier hat eine ganz klare Aussage, da kannst du wenig irgendwie selbst entdecken, sondern da war jemand, hier Jess Eng in dem Fall, die wollte eine Aussage machen und hat sie sogar drüber geschrieben. Und das ist das auch, was man sieht in der Visualisierung. Die Visualisierung ist praktisch der Beweis für die Aussage, die drüber steht. Hier noch ein Beispiel, an dem ich selber gearbeitet habe, das ist eine Visualisierung von des Staates, an der habe ich nicht wie selber gearbeitet, aber genau, das ist eine einfache Bevölkerungspyramide von der deutschen Bevölkerung, aus der ich dann das hier gemacht habe, was eher so die Datengeschichte ist. Ich habe hier in den Daten versucht, die Aussage zu finden und das ist eine Visualisierung von 2018. Damals, genau, war 2019 und so weiter, war noch projiziert. Das heißt, da hatte man die Daten noch nicht und da habe ich geschrieben, in 2019, die Anzahl der Deutschen, die über 60 Jahre alt sind, werden diejenigen, die jünger als 30 Jahre sind, überholen. Und für Frauen ist das bereits der Fall. Ihr seht hier diese Women-Linie und hier die Women-Linie und dieses Überholen von den über 60-Jährigen passierte irgendwie 2010. Ich habe diese Visualisierung mit DataWapper erstellt und DataWapper wurde auch dafür designt, eher Autorinnen-getriebene als Leserinnen-getriebene Visualisierungen zu erstellen. Das heißt, man würde jetzt keine große Dashboard-Seite mit DataWapper machen, wo man alles filtern kann und alles zusammenhängt, sondern DataWapper ist wirklich für diese einfachen Visualisierungen da, mit der ganz bestimmte Aussagen getroffen werden sollen, ganz bestimmte Geschichten erzählt werden sollen. Und ja, für den Rest von diesem Teil 1 des Kurses würde ich gerne drei Prinzipien vorstellen, drei Do's, mit denen man Autorinnen-getriebene Visualisierungen, was man da beachten sollte. Nummer 1 ist, zeige eine Aussage pro Visualisierung. Viele versuchen eine eierlegende Wollmilchsau aus der Visualisierung zu machen und ganz viele verschiedene Punkte zu machen, aber Visualisierungen werden besser, sobald man weiß, was man genau sagen will und das dann versucht auch zu kommunizieren. Also das ist hier eher so ein Negativbeispiel. Genau, im besten Fall sagt man wirklich eine Sache mit jeder Visualisierung und versucht dafür auch, den besten Visualisierungstyp zu finden. Hier sind schöne Artikel von Bloomberg von 2019, die hier neun Diagramme zeigen, die erklären, wie Brexit Großbritannien in zwei gespittet hat. Und ihr seht, links steht immer die Aussage, rechts ist immer das Diagramm. Und ja, das Diagramm ist wirklich genau dafür da, die Aussage oder ein Beweis für die Aussage zu sein. Hier zum Beispiel links, weil Support for Brexit fell in 2018. Polls show the country hasn't shifted significantly since 2016. Und genau das sehen wir rechts auch in der Visualisierung, dass die hier unten die Polls und das 2016 Referendum sehr, sehr ähnlich ausfallen. Dann gehen die weiter. Genau, sehr einfache Diagramme, die genau das zeigen, was links steht. Hier noch ein Beispiel von NPR von 2020 über das Coronavirus, wo geschrieben wird, during the pandemic, deaths have shifted away from large cities. Und genau das kann man hier sehen. Large cities, weil Covid-19, Covid-19 Verstorbene am Anfang noch sehr stark in großen Städten zu finden waren, haben die am Ende nur noch 50 Prozent der Verstorbenen ausgemacht. Prinzip Nummer zwei, erkläre Leserin, was deine Aussage ist. Auch das sehe ich viel, so Visualisierungen, die eine Aussage machen und das auch gut machen, aber dann Leserin nicht erklären, was sie eigentlich sehen. Und das ist eine starke Technik, die nicht zu unterschätzen ist, dass man wirklich einfach in der Überschrift schreibt, was soll Leserin in der Grafik zeigen. Auch wenn das super trivial ist, wie in diesem Fall. Hier sehen wir, eine Linie geht nach unten und drüber steht, Subway Crime has fallen drastically since 1990. Genau das sehen wir in der Visualisierung. Sie hätten es nicht nochmal hinschreiben müssen, sie hätten auch einfach nur bei Fanonies on the New York City Subway System bleiben können. Aber die New York Times hat sich hier dafür entschieden, den Leser oder der Leserin wirklich zu erklären, was sie da sehen, um das auch zu verfestigen. Hier noch ein Beispiel von der Financial Times. Baring Sea Ice Drops Below Long Term Ranges. Das sind die Long Term Ranges. Das ist die Kurve von 2018, 2019, gut gehighlighted mit einer anderen Farbe, damit man sie auch besser sieht. Und dann sollte man Kontext zeigen, um die Aussage stärker zu machen. Diese Subway Crime Linie war ja sehr einfach, aber oft ist ein Chart auch stärker, wenn man noch andere Linien dazu nimmt. Oft verstärkt das die Aussage. Hier zum Beispiel auch in einem Artikel wieder von Bloomberg von 2019 über China und warum China so mächtig wird in letzter Zeit. Und wir sehen hier eine Visualisierung. Die Rotlinie steht für China und sie geht ganz klar nach oben. Und das funktioniert nur, weil hier auch noch die US, Großbritannien, Frankreich, Russland drin sind als Linien, die halt nicht nach oben gehen. Das heißt, das ist das Gegenteil von dem, was China macht. Wir sehen hier, China ist der Outlier. China macht irgendwas anders. Und hier noch ein Beispiel von der Berliner Morgenpost. Vor ein paar Jahren haben sie eine Visualisierung gemacht über Mietpreise in Berliner Bezirken. Und wir sehen hier auch, dass die Daten nur funktionieren wegen den vielen grauen Linien im Hintergrund. Und die alle für unterschiedliche Kieze stehen. Das heißt, wir sehen hier, die 31 Prozent sind nicht die höchsten Mietpreise, aber auch nicht die geringsten. Genau, deshalb funktioniert das. Durch diesen Kontext wird die Aussage stärker. Das war Teil 1 über Ziele und wie man Ziele besser dem Leser, der Leserin verständlich machen kann. Wir haben uns drei Prinzipien angeguckt. Zeige eine Aussage pro Visualisierung. Erkläre Leserin, was deine Aussage ist und zeige Kontext, um die Aussage stärker zu machen. Und genau, dann sehen wir uns im nächsten Video mit Teil 2 Formen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video mit Teil 2 Formen.